Norddeutscher Rundfunk 2021 Hoi Oma, da bin ich. Ist noch? Schnall dich an! Ja, was fährst du so wild oder wie? Schnall dich an! Was ist? Zu blöd zum Fotografieren? Nein, ich warte darauf, dass du lachst oder sowas. Oder hast du es ja schon. Ich habe keine Lust, irgendwie noch einen Tag mehr mit der Oma zu sein. Die geht jeden Tag einfach so an einen scheiß Berggipfel auf. Ich habe einfach keine Lust mehr. Du, ich habe da nicht einmal Handyempfang. Wenn du da einen Herzinfarkt kriegst, dann kannst du gleich dein Testament machen. Habe ich schon. Was? Mein Testament. Und du wirst nicht bedacht. Dann kann ich dich einfach liegen lassen. Von mir aus? Aber weißt du was? Ich kann gut verstehen, dass die Mutter so schnell wie möglich ausgezogen ist. Du bist aufgeregt. Ich drehe es laut. 第三, laut. Da wäre ich nicht schön. Dann lass uns abiondchen. Du bist aufgeregt. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Vielen Dank.